Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Portal 2, hier bei Mikros Gaming Spunnen mit dem Blasher. Hallo. Hallo. Und wir sind in der nächsten und letzten Test-Schemmer von 8, glaube ich, richtig? Wusse ich nicht. Ich meine schon. Hallo. Bist du eigentlich nicht so recht? Warte mal, was passiert nochmal, wenn ich dagegen springe? Dann ändert sich die Richtung hier, ne? Dann wird das Ding hochgeschmissen, wenn das gleich kommt. Genau. Und dann muss ich in der Zeit da reinspringen. Okay, also mach das nochmal. Willst du dir nicht erstmal ein Portal setzen hier? Ja. Dass du auch den Schwung bekommst? Genau, genau. Ich wollte eigentlich nicht. Ich habe gedacht, ich müsste deins überschreiben, aber ich habe nicht. Da ist ja gar nicht Platz. So. So. Warte, warte, warte. Ich wollte Tantre nicht. Okay. Einmal mit Profisarbeiten. Nicht bei V-Course Gaming fahren. So schnell. Äh. Ja, Waffe! Du hast mal zu schnell. Ich wollte zu schnell. Äh. Ja, ne. Ich komme jetzt in der Nähe. Ich weiß, wenn ich im Portal sitze. So. Okay, nochmal. Dann, hau raus. Woppa. So, jetzt fliege ich. Komm mal. Komm her, Waffe. Ja. Was brauchst du denn? Mein Gott. Das Ding sollst du holen, ne? Bitte? Was soll ich holen? Das Ding da. Ja, warte, warte, warte. Komm klar. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ja, warte. Okay. Du solltest vielleicht erspringen, wenn du das Ding da siehst. Jetzt kommt es. Spring! Das war zu früh. Nein, das war... Nein, das war... Nein! Dann ist er zu inkompetent, das Ding aufzusammeln. So, los. So, noch warten, 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 warten. Komm. Ja. Ey, der Typ ist kompetent, der kann was machen. Nicht wahr? Beim ersten Versuch hat Geld geklappt. Hm. So. Nein, nicht mich tönen. Nein, dann würde ich... Ich will gerade mal gucken, wo ist jetzt hier das? Wo müssen wir die Portale setzen? Wo muss was da rein? Bitte? Kannst du da nicht direkt entschießen? Warte, ich probiere es. Wo stehe ich hier eigentlich? Ich gucke doch mal, wo ich hier stehe. Ah! Das war in der Abgang. Nein! Das hier geht dann. Stimmt! Ah, jetzt weiß ich wieder, wie das... Ah, ah, klar. Ja, ich muss halten. So geht es nicht. Okay, dann, äh... Zack. Ich muss da jetzt nicht durch dieses Ventilatore-Ding fliegen. I believe I can fly! Au! Sehr geschickt. Ah, doch, hat gereicht. Gut. Okay. Drück mal top. Ja, hab ich schon. Okay. So, da... Achso, ich muss dich erst mal rüberholen. Genau, im Portal. Äh, äh, sitz mal... Ja, ich hätte vielleicht erst mal ein Portal setzend, bevor ich da baue. Ja. Ähm... Ähm, ähm, ähm. Du musst doch, glaube ich, zurück, oder? War da nicht noch was Weißes? Kannst du nicht draußen vor der Tür ein Portal setzen? Ja, ich muss ja den Laser hier irgendwie herholen, damit ich den da hinsetzen kann. Du musst mich erst mal da herholen. Ich muss doch nur den Laser holen. Moment, Moment. Moment! Wie siehst du, wenn ich hier reinkomme, kann ich keine anderen Portale mehr setzen. Ja, ja, ich weiß, weil da das blaue Ding ist, ne? Ja. Ähm. Ähm. Ah, ja, ich... Wait a second. Wenn ich das Ding jetzt absetze, dann fängt das Ding wieder an sich zu drehen. Das kann's ja theoretisch machen. Ist ja scheißegal, oder nicht? Nee, nee. Äh, äh. Scheiße. Ich kann den Laser-Comp sinnvoll bleiben. Oh, Mann. Ähm. Kaum sinnvoll, oder kannst du ihn überhaupt nicht umleiten? Naja, schon, aber dann wäre er total schräg. Obwohl, nö, es ging. Es ging, hier ist eine blaue Fläche. Da könnte ich ihn reinschießen. Warte, reinschießen? Ich sage, dass wir da noch rauskommen. Warte, warte. Ja, 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 ja. Nee, so nicht ganz. Ähm. Geht nicht. Äh, oh, bläh. Hörst du ihn da irgendwo durch? Nee, der bleibt. Der hängt hier direkt an der Kante. Setz dich mal ein bisschen weiter nach. Genau. Ja, perfekt. Ha! Hat der Christi zu Ausnahme mal eine gute Idee gehabt, wa? Wie du sagst, Ausnahmsweise mal. Okay. What the fuck? Ich weiß nicht. Der Laser hat aufgehört, nehme ich an. Ja. Gut. Aber das Windrad auch. Alles gut. Was? Ja. Dann kommen wir rüber hier. Wie denn? So wie ich rübergekommen bin. Ja, 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 ja. Pst. Oh. Natürlich muss man sich auch noch aufregen. Halt die. Huuuuii. Boah, der war so kompetent und hat... Haha, den Charter noch rechtzeitig gefunden, wa? Dass du ihn findest, das hätte ich dir sogar zugetraut, aber... Ich will die Kass, ich will dir was. Neeeeein! Weck. Hilf's dir weg. Hey! Hahaha, ahaha, 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 ahaha. Arschloch. Sehr gut. Ach, arschloch. Du hast die lustige Blutze. Ich brauche, dass du in der Raum sein kannst, damit ich sie sehen kann. Okay. Ich will, dass du klar bist. Es gibt keine Grund, dass du sie an sie sehen kannst. Schluss. Ich denke. Ich denke. Oh, ja. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich mag es nicht. Ich will, dass du zuhörst. Vielleicht sollte ich dich nicht außerhalb der offiziellen Testkursen senden. Das ist sehr gut. Äh, ich habe gerade gleich die Todprobleme. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht in der Aufnahme so ist. Ich höre mit einmal alles total leise und mono. Okay. Aber hörst du mich noch? Ich höre dich noch, aber... Es ist strange, ehrlich zu sagen. Okay. Merkwürdig. Willst du sonst die Aufnahme einmal unterbrechen und gucken und zusammenschneiden? Ähm... Ja, ich gucke auch einmal, ob das in der Aufnahme so ist. Deswegen habe ich gefragt, ob du die Aufnahme unterbrechen willst. Jajaja, eben. Leute, wir sind gleich wieder da. Entschuldigung. Sorry, da sind wir wieder. Äh, zumindest halbwegs. Wollte mich wieder trollen? Das hat es wieder verkackt. Ja, ein bisschen. Ähm... Du, ey. Das war irgendwas mit meinem Kopf. So war nicht ganz in Ordnung. Aber in der Aufnahme müsste alles richtig sein. Jetzt geht es jedenfalls weiter. Weißt du, wie lange der Teilpartner werden muss? Ja, 12 Minuten 40 Sekunden. Hab mir extra die Stoppuhr angehalten dazu. Wooooooooooooooow. Yeah! Gerade so viel Kompetenz habe ich noch. Ähm, war es. Dieser Kurs wurde abgedreht und dann abholt worden durch Menschen. Sie tenden das zu tun. Er hat etwas wundervoll. Und dann abholt. Oh, jetzt mit dem Flazer bei dir. Do you know why they abandon this course? Prudently. Schade, ich hatte ja gehofft, du kriegst Panik und fliegst hier weg, ey. Nanananananananana! Oh, konntest du das Portal nicht wegsetzen? Ah, ja leider nicht. Ah, mieser, vielleicht. Oh, 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 hallo. Wotest du? Ähm, wahrscheinlich muss man, na geht ja gar nicht, man fällt ja durch so ein blaues Ding, wa? Äh, ja. Ui. Was hat mir das jetzt genau gebracht? Esso, 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 esso. Äh. Ne. Was ist dumm hier? Tust du mal springen? Jetzt nach links. So. Kannst du irgendwas tun da oben? Nein, aber ich warte. Du kannst doch da ein Portal hinsetzen, und... Genau. Ich weiß nicht wohin noch. Dann, ähm... Setz mal gleich hier... Warte, warte. So. Ich glaube, ich glaube... Okay, wir kommen da oben ein bisschen höher. So. Und jetzt, zack. Läuft. Willst du mal wieder kurz? Sascha. Hehehe. 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 Hallo? Wirst du jetzt doch mal echt so inkompetent gewesen, dass du durch das Gönkieloch da gefallen bist? Hehehe. 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 Loll! Schubst! Ein. 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 Bist du. Da bist du. So. Ich hab nen Ball. Sehr nett. Ich bin zufrieden. Ich will nicht mehr. Ähm. Ich spring jetzt hoch, und du musst mir dann... Bx. ...auf der Höhe irgendwo nen Portal setzen. Wenn ich oben gegen Mein Ding gegengeklatscht bin. Jaaa. Dann falle ich zwar selber runter, aber das ist ja echt. Egal, ne? Richtig. Ja, okay. So verreckt auch da unten, ey. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ich nehm' meinen Runzen wahrscheinlich mal wieder weg. Ähm. Ja, warte, 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 warte. Du setzt einfach nur dein Portal genau und dann kann ich da rüber laufen. Habt ihr die einzige gute Traut, die Menschen haben noch? Lass mich dir eine Klage geben. Es ist die einzige Sache, die du nicht kannst. Ach, entschuldigung, musste kurz ein Stück trinken. Nein! Ach so. So, warte, haben wir hier irgendwo... Warte. Ich hab' noch ne... Aber das bringt uns auch nicht viel weiter, ne? Doch, natürlich! Ne, warte, jetzt würde ja die Dings versiegen. Wenn ich jetzt das gelbe Portal weg... Nein, warte, warte, warte! Andere Idee. Ähm. Ne, warte. Warte. Was siehst du denn überhaupt? Da ist ne weiße Fläche. Ja. Ne? So. Ja, und er kommt zurück. Ja, genau, richtig. So müssen wir das nämlich machen. So, und jetzt setzt du da das andere Portal hin. Was ist das? Gut. Und das gleiche Spiel nochmal von vorne. Ähm, ne. Oh, Alter. Warte. 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 Die Drücke verschwindet jetzt, wenn ich das Portal setze oder nicht? Warte. So. Jetzt darfst du. Alter. Da und da. Jetzt... Äh! Und da. Jetzt sch habitieren ich im Wiggel hier. Hä? Wie hast du incompetent hier? Hä? Syf! Get모ht zuげ sind... Tok squared. Warte. Vielen Dankeschön! My P flipaще.. bros. Der gute Sascha spricht. One of my best tests and they let plants grow here. Can you believe this? You can't test plants. We tried. They just sit there, never showing pain nor fear. That isn't science. You have to put it in the water. You have to put it in the water. Let's put a red parallel to me. Is that something? I'm going to die. Wait. Wait. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. The failure brings back such wonderful memories. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. You'll see theiles through? Well, you'll seen a kind of useful places. There, there. jetzt so hochkommen und jetzt setzt du mir das portal das andere da oben ach das ist mir mal vorbei stop ja doch jetzt da umgegen ja dann falle ich hier wohl runter eine eine portale weg warte warte ich habe einen besseren plan was zum teufel machst du das danke so warte jetzt kriegst du da oben rotes ja 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 ich weiß so jetzt kannst du dir da eins hinsetzen und dann eins da oben hin und dann kannst du da durchlaufen nämlich ja komm mal mit einfach ne bitte? ja ich will jetzt erstmal blöd stehen bleiben ich wollte erstmal gucken ob es so funktioniert wie ich mir das denke dass es funktionieren soll lass ihn wieder springen wuuu erstmal wieder springen wuuu komm aua so und jetzt jetzt weiß ich auch warte 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 doch 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 was ist hier noch los da oben zack zack genau und was soll der denn dahin wen ich jetzt gegenspringen fahre ich hier ans wasser ja ja nene das ist auch noch nicht komplett so warte 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 du musst deins da gegen setzen ne das war falsch ja so jetzt setze ich eins dahin und eins dahin fast was mit dahin oder dahin Jetzt setzt du dein rotes da hin. Nein, rotes, ne? Genau, von da oben. Damit du nicht da runterfällst. Ich bin ja versucht, ne? Ob ich das ist. Da warst du langsam dafür. So, zack. Moment, Moment, Moment. Ne, so wird das nix. Oh, ja stimmt, hast recht. Oh, Alter ey. Ich bin noch nicht weit genug. Ähm. Jetzt erstmal da setzen. Und hier unter mir. Ah ja, da ist es. Nicht ganz, fast. So. Reicht das? Ja. Wenn er nicht ganz inkompetent ist. Das muss leider nicht reichen. Am Marsch. Ah, ne ey. Ich hab mal Spaß bei diesem Projekt. Das seh ich. So. Jetzt aber. Weißt du was mich lacht? Das ist die Idee, dass du sie ausfällst. Ha! Klaudos, du bist so witzig. Geil, weil das jetzt bei der Kaffee gefasst hat. Ich denke mal, dass das auch darauf abgestimmt war. Excellent work. If you were human, you would want a reward for completing this test. A reward for testing. At least the plants didn't want a reward. I created this test to let the humans feel good about themselves. It is extremely easy. Just follow the arrows. So, jetzt warten. Die Aufnahme ist hier nämlich zu Ende. Die Aufnahme ist hier nämlich zu Ende. I'm sorry. The arrows seem to have rusted off. Good luck. Genau. Ich danke euch wieder sehr herzlich fürs Zuschauen. Während ihr Sascha in seiner intelligentesten Form begutachten könnt. Er ist ja leider nicht imstande. Stickt nicht. Also. Ich hoffe ihr schaltet euch in der nächsten Folge wieder ein. Sascha macht den Test in der Zwischenzeit. Warum denn? Man. So. Leute. Bis dann. Tschüss.